Herzlich Willkommen zu Vlogmas 2023. Tor 23 wird heute geöffnet. Ja, es hat gestern bei uns hier geschneit, das war mehr als Schneeregen und ich zeige euch das mal, könnt ihr sehen. Oh, Alexa meldet sich schon wieder. Ach, die meldet sich immer wieder, wenn sie nicht gebraucht wird. Alexa, aus. Ich habe, die hat nämlich Eier gekocht und da hat sie gesagt, sie muss sich melden. Na gut, ja, ich bin gerade hier bei einem Tischdecken. Ich stelle euch mal hier hinten hin. Ja, sieht gut aus. Ich hoffe, ja. So, ich habe jetzt reingekickt den Top, wo die Eier sind. Ich hoffe, die haben sich erschreckt, dass sie abgeschreckt sind. Ich hoffe. Ich hoffe, die Eier sind. Ja, da haben wir noch gestern Hoffnung gehabt, dass sie liegen bleibt. Mit Schnee, aber verkehrter Hoffnung. War ja auch klar, das ist ja auch alles viel zu warm gewesen. Aber ich habe gestern Abend, wie ich schlecht geschaut, wie schlecht gekickt, dass sie doch immer weiß wurde. War ja nun angesagt, dass Unwetter ist, also Sturm. Und da hat man richtig gesehen, dass Schnee treiben, wie sie gestern los sind hier. So, wie kann man ja langsam anfangen mit Frischloch. Ja, es ist Regen. Regen. Regnet und regnet und regnet. Ja, wie gesagt, gestern hat es ja nun gestern Abend ein bisschen geschneit. Es war ja mehr Schneeregen und der Sturm hat sich hierher gebracht. Wenn man so sieht, oben die Dächer, die sind noch weiß. Autos sind auch noch ein bisschen weiß, aber das größte Ganze war weg. Das war gestern Abend so um 22 Uhr ungefähr war das, wo ich mit Kira noch mal runtergegangen bin. Und da war das richtig weiß. Aber auf der Straße, direkt hier jetzt, auf dem Fahrdamm, auf dem Böhlersteig, ist nichts liegen geblieben. Das war richtig matschig. Und wenn das die Nacht hier vorne hätte, das wäre aber schönes Blitzeis gewesen. Und hier sieht man auch noch ein bisschen grün, weiß. Und das sieht Kira und die hat keine richtige Lust. Aber eine schicke Jacke hat sie an. Moment, ich hin. Wenn sie den achten, flitzt die richtig raus. Komm, gehen hier lang. Oder willst du hinten lang gehen? Gut. So, nun haben wir das. Ich zeige euch hier nochmal. Weiß. Aber das geht hier drüber in Schneeregen. Ein bisschen weiß kommt nicht runter, aber ganz minimal. Und wir haben plus Wetterbericht, plus ein Grad. Könnte sein, dass er dort ein bisschen liegen bleibt. Nee, nee. Das ist zu warm. Und da kommt es hinterher getrödelt. Na komm. Trödeltante. Ja, wir werden heute noch viel machen. Wir wollen Kartoffelsalat fertig machen. Also Kartoffeln abkochen und pellen. Und den Kartoffelsalat fertig machen. Dann werden wir noch die Päckchen auch noch machen. Ja, wir wollen ja morgen, dass wir morgen Susi nicht so viel, dass wir morgen nicht nur Susi und Decke, Mann, dass wir morgen nicht so viel zu tun haben. Denn wir müssen ja morgen noch ein Paket auspacken. Ohne. Macht aber Spaß für euch, das zu zeigen. Und dass ihr euch da dann freut. Das freut uns mit. Ja, ungemütlich. Ich möchte Ohrringe an mir raussuchen. Und die sind gerade ja hier im Flur. Ja, Weihnachtsohrringe. Damit ich die nicht wieder vergesse. Welche hatte ich denn noch nicht? Oh, viele. 1, 2, 3, 4, viele. Die hatte ich glaube ich schon. Hatte ich die schon? Ich glaube ja. Hatten wir die schon? Ich weiß es nicht. Gibt es denn hier noch? Das ist der wieder. Die hatte ich auch schon. Aber die Tannenbäume hatte ich hier noch nicht, oder? Zeig mal. Nee. Die eigentlich noch nicht jetzt hier. Okay, dann zieg ich heute Tannenbäume an. Morgen Schneeflocken. Ach nee. Die Geschenke. Morgen. Mal sehen. Morgen zieg die bunten Tannenbäume wahrscheinlich an. Aha. So. Uwe folgen. Denn wir sind gerade dabei, unser Mittag vorzubereiten. Ich brauche für meine Vorbereitung die selten gewordene Unterrührgabel. Genau so sieht es jetzt aus. Muss euch mal ein bisschen. So. Unterrührgabel. Dann brauche ich ein Messer. Dann brauche ich natürlich eine Schüssel. Weil, wer erredet ist, was es heute bei uns gibt. Wenn die Unterrührgabel im Betrieb ist, gibt es nur kein Lieblings. Ich probiere mich nur ein Teil. So. Schüssel. Das kann wieder rein. Deckel. Gleich bin ich wieder da. Dann brauche ich natürlich Kümmel. Hier haben wir noch Gemahlen. Kümmel. Und Salz, Pfeffer. Braucht man auch. Und dann muss ich mal gucken, ob der Jürgen was rausrückt. Jürgen, wo hast du den Quark versteckt? Ganz hinten. Ich hole ihn auf. Ich sehe schon. Der Jürgen macht dir keinen Platz. Ja, der will alles behalten. Das ist ein Ich hier. Oh. Entschuldigung. Also, das war Uwe jetzt, ihr Lieben. Du könntest mir ja eher die Kamera abnehmen. Ach so, ja. So, was muss man dem Uwe alles sagen. Ja. Okay. Freut das ich. Ja. So, Sahne. Damit ihr wieder was zu motzen habt, ihr Hater. Ja. Oder ihr Menschen ohne eigenes Leben. Ja. Okay. Noch irgendwas? Nein, mir nicht. Reicht. Ach nee, die Eier müssen wieder rin. Zwiebelbräu, wo noch. So. So. Haben wir denn... Das Wirtloch ist, äh, ins Tiefer. Ja. Da ist es. Na, geradezu ist er noch. War? In die Schachteln. Ja, hier ist Petersilie. Ach so. Na gut, dann haben wir ihn ja. So, ihr Lieben. Ich nehme lieber den Uwe die, äh, die Dinger wieder ab. Die Dinger, ja. Die Kamera. Die Dinger Kamera. Also heute, ist schon komisch, ne, Uwe. Warum sind die Servietten hier vorne, hä? Weil ich nicht da eben rangekommen bin. Man hätte gesagt, das ist nicht so. Alle bringen die Männer durcheinander. Äh, nein. Nicht? Nein. Du brauchst das, wie wir. Uwe. Nicht? Äh, nein. Nein. Jetzt, kann ich die mal haben? Nein. Gib her. Ich möchte dir den Schätzlein zeigen. So. Er gibt mir die für den Quark. Ich sag, nein, weil, weil ich. Was macht er? Tut die wieder in die Zwiebelkiste. Nicht. Was stimmt mit den Männern nicht? Äh, nein. Sagst du mal nein? Also, ich glaube, das langsam nicht mehr, dass der Uwe, äh, hier, ne, an den Augen, äh, gute Linsen hat. Langsam, glaube ich, wirklich, die haben dem da Schrott reingepflanzt. Denn, äh, sehen kann er offensichtlich nicht mehr gut. Nicht zu fassen, ey. So, aber zuerst, muss man Prioritäten setzen, ne? Ne, so viel Zwiebeln braucht nicht, Uwe. Ja, weil er kleine sind. Ja, aber trotzdem ist das ein bisschen viel. Gut. Jetzt wird er ja nicht acht Zwiebeln hinterher. Ich doch. Acht Zwiebeln. Ja. Lass dir besser atmen. Uwe, 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 das kann was werden heute. So, falls sich jemand fragt, wegen den Kopfschmerzen, sind weg. Ne, die sind nicht weg. Aber besser. Hier, das jetzt dann, äh, nacht, also, ja, war schon, gespät war dann, das. Ja, ich hab's schon erzählt. Hast du schon erzählt? Mmh, schon, ja. Hahaha. Mit dem Schneesturm hier. Ja. So, aber leider. Na, wohl, die Zeit. Lutet ja nicht mehr, ja, mit weißen Weihnachten, ne? Ne. Hier, willst du auch hoch, komm her, Schatzi. Ja. Herzlich Willkommen. Ich glaube, da auch weiter. Ja. Huch. Ich treffe nicht ins Loch, wa? Oh. Das findet er ruhig ja lustig. Ich hab noch nie mein Tier verbeert. Wie bitte? Hm. Ich verstehe dich nicht. Nein, ich hab noch nie mein Tier verbeert. Das darf gelacht werden. Hahaha. Du glaubst ihm den Schmuh, was du erzählst, Uwe? Okay. Lass mal zeigen. Hahaha. Hahaha. Und ich find das Loch... Worüber greift's denn? Naja, nichts. Kommt wieder, naja. Mein Gott, sie hat es. Du, Uwe, wo gehst denn hin? Raus. Wohin? Raus. Wohin? Spielen oder was? Nee. Ihr könntest immer noch ein Brett... Ein Brettchen? So, ich muss euch hier hinten hinstellen. Vielleicht seht ihr denn ja was. Aber glaub ich nicht. Das sieht nicht so aus, als würdet ihr was sehen. Nee. Noch tiefer rein. Noch tiefer rein. Noch tiefer rein. Und schräg ist das der Uwe. Hat die immer, wenn er mit euch rausgeht. In der Jackentasche. In der Jackentasche. Ja. Das stimmt. Und deshalb... Ist es. Der Uwe ist heute so ein bisschen... Der hat auf der Sportzeitung geschlafen, glaub ich. Sportfrei. Oder du musst die Mutseite lesen. Die Mutseite. Ich weiß ja nicht. So, ich kriege mal ein, mal halt Glück. Und das flutscht raus, mal halt Pech. Das flutscht nicht raus. Aber das sieht ganz gut aus. Flipp, Flipp. So. Die Gabel ist hier. So. Das hätten wir. Nummer zwei. Oh, der ist gut, Rosico. Kann man die übereinander stapeln? Ja. Manchmal gehen die zu stapeln und manchmal nicht. Ich glaube, die von Aldi passen nicht mal übereinander. So. Ich werde mal ein bisschen Kümmel reinmachen. Wir rieben das mit Kümmel. Sehr. Ja. Und noch ein bisschen Pulver. Wenn man sich auch lohnt. Müssen wir auch wieder nachkaufen. Das ist alles, was wir haben. Nächste da. Nächste da. Diese da nicht mehr. Ja. Salz. Lieber ein bisschen nachsalzen. Pfeffer. Das reicht. Jetzt die Sahne rein. Und jetzt mit der Unterrührgabel unterrühren. Ihr könnt auch einen Schneebesen nehmen. Oder was euch gefällt. Ich möchte gerne die Unterrührgabel benutzen. Weil die einfach vom Aussterben bedroht. Jetzt ist die Kamera schon wieder aussehen. Das stimmt ja schon zum dritten Mal. Tut mir leid. Kann ich nichts für. Nervt mich. Inzwischen möchte Uwe die Unterrührgabel ein bisschen lieb haben. Ja. Ich muss sie auch mal betätigen. Dass sie weiß, dass er auch eine andere Hand kriegt. Aber so wie du das machst, sieht das nicht sehr professionell aus. Doch. Ich rühre das unter. Und ich schneide die Zwiebeln. Denn das ist eine Geschichte, die mag Uwe nicht so her. Die kommen nicht an die Zwiebeln so ran. Ich habe nicht so lange ein Messer. Ja. Naja. Und dann mache ich immer die Zwiebeln. Ist ja kein Problem. So. Und jetzt muss ich schon so niesen. Von dem Pfeffer. Gleich rein? Nein. Muss doch mal gucken, ob das hier die Kamera nicht schon wieder aussieht. Ja. Also ich finde, für so eine teure Kamera, ne, dürfte das nicht sein. Ne. Stellt euch mal vor, ist ja eine Action Cam. Ihr bucht euch so einen Tandemsprung aus dem Flugzeug. Ich meine, wie oft. Ne. Kann man sich das leisten. Ist ja nicht so oft. Und in dem Moment, wo ihr rausspringt, wird die einfach aus. Das ist doch geil, oder? Das ist ja genau das, was man sich so wünscht. Als Action Cam. Dann sieht man nicht, ob man hier gelandet ist oder nicht. Also das nervt mich wirklich extrem. Das ist für mich so ein ganz, ganz großer Minuspunkt, was hier die GoPro angeht. Ich weiß nicht, ob andere Menschen das auch haben, die mit der GoPro vloggen oder Filmen. Keine Ahnung. Liebe Michaela, wenn du das hier siehst, vielleicht kannst du mir das ja mal in die Kommentare schreiben. Weil ich weiß, dass ihr auch mit der GoPro vloggt, ob die bei euch auch immer einfach aussieht. Finde ich total nervig. Das muss noch mehr gerührt werden, Uwe. Ich kenne. Noch mehr? Ja. Und hast du mal probiert? Muss da noch mehr Würze ran? Ich probiere nicht. Okay. Also, ich habe mal gekostet. Ach so. Weil die nennt sich die Kosten. Ja. Zwiebeln fehlen. Ja. Ich möchte aber wissen, was mit Salz, Kümmel und Pfeffer ist. Ich glaube... Reicht das? Oh Gott, fehlt. Die Zwiebeln? Nein, die Zwiebeln nicht. Sondern? Ein bisschen nüchtern. Was soll ich sagen? Schon wieder aussehen. Es nervt. Ehrlich. Was soll's. Ich kann es eh nicht ändern. Und hier kriegt's ja nicht mit. Es sei denn, das ist eine komische Fortsetzung. Denn hier. Dann kriegt ihr das mit. So, ich hab das noch mal ein bisschen nachgewürzt. Weil Uwe meinte, das würde was fehlen. Keine Ahnung, ob ihr das mal mitbekommen habt. Super. Jetzt sag, das schmeckt das. Das freut mich. Jetzt kommen noch die Zwiebeln dazu. Du kannst gerne den Schnittlauch reinlangen. Ich mach immer so eine ganze. Wie viel Gramm sind das? 500. Ach, ich will. 50 Gramm. Was hab ich gesagt? 500. Ich mach so eine ganze Packung auf jeden Fall. Auf 1 Kilo Quark rein. Und wie der Uwe gerade schon wieder beleidigt war. Weil ich gesagt hab, dass das nicht sein kann. Nee. Da hat er schon wieder Luft geschnappt. Und wollte schon wieder protestieren. Schleudert mir das hin. Ja. Weil er davon überzeugt war, dass er recht hat. Dass da 500 Gramm Schnittlauch drin ist. Nein. So, für mehr Authentizität auf YouTube. Ne? Also bei uns ist auch nicht immer alles eitel Sonnenschein. Gibt auch diese Kämpfe. Just saying. Da hat er Glück, ne? Weil normalerweise würde ja der Weihnachtsmann ja nicht vorbeikommen denn. Wenn sich einer so beträgt. Aber der hat da sein Weihnachtsgeschenk schon. Was lacht da? Naja. Ich finde es total gut, dass wir uns dieses Jahr sonst nicht weiter schenken. Ja. Es ist schon entspannter, ne? So in das Fest der Liebe reinzugehen. Wenn man weiß, man muss nicht noch mehr Geschenke holen. So. Ich hoffe ihr habt jetzt schon alles. Weil morgen ist nicht mehr. Morgen ist nicht mehr. Morgen ist nicht mehr. Morgen ist ein anderer Tag. Morgen ist ein anderer Tag. Oder morgen gibt es nicht mehr. Ja, aber morgen ist halt Sonntag. Kannst nicht einkaufen mehr. Für die Last Minute Einkäufer. Also für uns reicht das. Wir haben alles. Ging so um die Geschenke, Uwe. Ja. Haben wir auch. Weil die meisten... Na, die meisten... Wir noch einkaufen. Wir noch den letzten Drücker. Wir noch den letzten Drückergeschenke besorgen. Morgen ist ja noch mal laufen kurz. Auf den Sonntag? Das ist ein Feiertag. Wenn Heiligabend machen sie auch mal einen Tag auf. Und auf den Sonntag machen sie alle noch mal die Geschäfte auf? Ist das dein Ernst, Uwe? Ne, stimmt. Was stimmt denn heute nicht mit dir? Stimmt, morgen ist zu. Hast du die Tabletten nicht genommen, oder was? Ne, die Gerichtchen nicht, die Gerichtchen. Ich hab das Gefühl, ja. Also dann könnte er zu Uwe einkaufen gehen. Uwe öffnet sein Geschäft. Nö. Oh Mann, ey. Letztens hat jemand geschrieben, sorry, aber ich habe das Gefühl, dass Uwe glaubt, die Erde ist ne Scheibe. Ich fühl es. Ja. 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 Wobei ich das schon sehr übergriffig finde. Aber gut. Uwe, wie sieht denn die Erde aus? Glatt. Glatt? Spiegelglatt. Nicht. Natürlich rund. Was für eine Frage. Ich meine, du kannst es ja unterstreichen. Ne. Weil du zeichnst ja das Bild von dir. So. Wir brauchen wohl noch die Zwiebeln. Und dann kann das durchziehen. Ja. Dann ist das schon mal fertig. Kartoffeln setzen wir auch schon auf. Auch, ähm, direkt für den Kartoffelsalat. nicht. Gut. So. Und den Rest Zwiebeln. Dann haben wir unser Essen für heute auch fertig. Und dann kann das eigentlich schon fast, ähm, direkt zum Türchen öffnen gehen. Da freut mich mich auch drauf. Wir haben jetzt nur noch, äh, zwei Päckchen, ne. Zwei Türchen. Ja. Heute jeder eins. Heute noch und morgen noch. Und das war. Wie schnell das vorbei gegangen ist, ne. Uwe und ich haben beschlossen, äh, dass wir den Dezember einfach durchziehen. Weil ihr so viele uns jetzt schon geschrieben haben, dass sie traurig sind. Oder haben wir es doch nicht beschlossen? Doch. Doch. Bei Uwe weiß man aber nicht, ne. Also, weil so viele uns schon geschrieben haben, äh, dass sie so traurig sind, ähm, dass das jetzt gleich vorbei ist, ne. Das nur noch zwei Türchen oder drei Türchen oder, naja. Das zieht sich ja durch die Videos jetzt, äh, in der, in der letzten Woche sehr so durch, dass viele das halt geschrieben haben. Und, ähm, da haben Uwe und ich beschlossen, wir ziehen jetzt den Dezember einfach, ähm, für euch durch. Und dann geht's im, äh, Januar ganz normal weiter. Der alte Rhythmus. Der alte Rhythmus wieder, genau. Montag ist ein Maskenmontag und, ähm, Mittwoch und Freitag ist halt der Vlog. Und, ähm, ja. Ja, wir haben ja jetzt genug Masken gekriegt für Maskenmontag. Ja, ich freue mich schon, da freue ich mich auch schon wieder die auszuprobieren. Ja. Ähm, überhaupt auf all die ganzen, ähm, auf die Fußmasken und sowas, das werden wir jetzt nicht vor der Kamera ausprobieren, weil ich weiß, dass viele Füße nicht mögen. Ich gehöre dazu, ich finde Füße auch. Ich weiß auch nicht, warum, weil ich meine eigenen schon nicht so schön finde. Du hast doch auch so einen schwarzen Fleck. Von der Jacke. Von der Jacke. Von der Jacke. Nee. Aber das irritiert mich halt, ne. So? Ja, super. Das will ich meine laut. Also, die, äh, das Bummstier und Rummstier, die bauen, äh, die nächste Wohnung aus, ähm. Jetzt sind nur noch zwei leere Wohnungen, ähm, zum Verkauf und dann geht's halt an die Vermieteten ran. Und mir wird da wirklich, äh, da dreht sich mir der Magen um, ne. Das ist so. Ja, wer weiß, wie es weitergeht, ne. Wir wissen's nicht. Lassen wir uns überraschen. So, hier machen wir zu. Nicht, dass die Kira auf die Idee kommt. Du darfst sie gerne ablecken. Ja, willst du mal kosten? Nee, pass auf, dass sie nicht nochmal reinfällt. Hahaha. Hoppala. Ist die Unterwühlgabel einfach nochmal in den Quark reingefallen. Ohne, was sie wollte. Und, schmeckt oder muss noch was rein? Schmeckt gut. Okay. Dann kann das in den Kühlschrank. Und dann sind wir damit fertig. Ich staune, dass die Kamera jetzt durchhält. Ähm, wie ich das jetzt noch schneide, weiß ich auch nicht. Also, wenn's komische Zusammenschnitte sind, Leute, dann wisst ihr Bescheid, die Kameras aussehen immer wieder. Und man weiß ja nicht, wenn man nicht die ganze Zeit da ins Display guckt, weiß man ja nicht, wann ist sie ausgegangen. Das ist halt auch so ein Problem. Ja. Äh, wo man denn den Anschluss wieder, äh, findet. Ja. Deshalb. Okay, ihr Lieben. Bevor das hier, äh, noch langweiliger wird. Lassen wir es sein. Lassen wir es sein. Lassen wir es sein. Lassen wir es sein. Lassen wir es so stehen. Wollt, stimmt. Hahahaha. Ah, die schätzen, ja. Und das auch schon ein paar Mal mitgekriegt, Uwe. Mhm. Ja, weil du hättest. Ich hätt's überhaupt nicht. Ja, das ist halt schwierig, die Wahrheit zu sehen, ne? Ha, ha, ha. So, bis später. Jetzt geht's los. Typ? Typ? Wir machen jetzt wat. Ach, Herr Jehe. Typ. So, jetzt geht's los. Warte. wir müssen besser zusammen schummen. Das wird jetzt nicht. Trommelwirbel bitte. 23, der lüpft schon auf das Licht. Ja, alles klar. Ich wollte ja auch das Licht ausmachen. Mann, geht nicht! Ach reih, noch mal wieder annähern. So, das werden wir hier auch noch raus machen. Zack. Zack. Jetzt steh ich in Dunkel. Ich muss mein Paket ohne holen. Schneiden tut es nicht. Es ist geschnitten, es fällt. Schneid. Ja. Leute, schneid. Ja. Immer zu Weihnachten. Wie immer. Manchmal. Nicht überall das Licht ausmachen. Anmachen. So, jetzt. Zeig doch mal den Schnee. Zeig euch das. Das ist jetzt schon mehr Schnee. Da. Hilfe. Das ist dünne. Da ist nicht mit Schneeschirn. Da ist nicht mit Schneeschirn. Das ist schon dünne. Ja. Kannst du mal halten, bitte? Also, wieso der Uwe heute so anstrengend ist, weiß ich nicht. Jetzt sagt er, er wäre nicht anstrengend. Doch, bist du. Heute ja. So. So. Wer ist jetzt los? Die vier. Ne, die 23. Ja, mach mal schon die 24. Ich mach dann die 23. Also, die haben sie schon. Die, Daniela. Kommt dahin. Und jetzt. Folgt sich mir. Ja. da sind drei drinnen noch warum ja das ist für neujahr das ist also für silvester 23 haben wir dann gibt es eine 23 für den von der lieben yvonne und eine schwere 23 von der claudia ja so folgt mir immer jetzt richtig auffällig so wir müssen hier noch unser licht hinstellen das wollen wir gleich machen das machen wir mal eine kunstpause so da sind wir und jetzt geht es an kira's adventskalender denn wir müssen ja die 23 öffnen kira suchen hier oben ist sie hier ist so mein schatz die guckt nur da wo es offen ist auf jeden fall 23 ist hier mal gucken was da drin ist wieder entenwürstchen so kira mein schätzilein so messer ist da hinten schere ist da hinten komik der ist ja von andrea die schere hat es nicht aufgemacht gleich meine süße maus hier diese entenwürstchen die schmecken ja erstmal erstmal den auf ihn auf so fertig und die riechen auch richtig nach bürstchen finde ich so dann haben wir den 23 aus dem die adventskalender muss man eine woche jeden tag jeden woche weiter zu sagen ja morgen ist vorbei leute warten halali salbei honigtee ja riecht nach salbei ich glaube das ist der erste tee den ich nicht trinken werde weil salbei tee ist nicht so meins aber salbei bonbons die lutsche gerne aber trotzdem liebe liebe elke herzlichen dank für diesen tollen tee adventskalender und natürlich auf den kalender und ihr habt ja fleißig geschrieben mit dem wichtel ein paar sind tatsächlich darauf gekommen dass der vater war ein paar haben auch falsch getippt aber ist nicht so schlimm und der eiszapfen der der jetzt schon aufgedeckt ist den ich ja auch rausgefunden habt der kommt ja erst heute ja da bin ich gespannt ob ihr ja auch darüber laut war ja einfach mal aber für das heutige türchen haben wir das rätsel die rentiere sind in einem quadratischen gehege konstruiere zwei weitere quadratische gehege so dass jedes rentier sein eigenes gehege hat so kann man so zu sehen ja also das ist wieder so eine sache dass jedes rentier sein eigenes also wir haben uns gerade die lösung angekuckt im leben werk da nicht drauf gekommen ja ich bin gespannt was ihr sagt so sie und uwe sind da etwas nicht drauf gekommen dann sieht das noch mal in ruhe so und weiter möchte ich jetzt auf jeden fall machen mit dem päckchen von der lieben daniela die 23 und keine ahnung keine ahnung ist drin ja so viel vermute mal jetzt eine maske aber ich weiß es natürlich die breite könnte noch und wie sich das anfühlt auch aber vielleicht ist ja doch wieder was für die füße drin feuchtigkeit shampoo keine maske ein shampoo ist hier drin und zwar von gliss kur für normales bis trockenes haar sehr cool also werde ich auf jeden fall ausprobieren dann betrifft ja zu bei mir wegen der blonden strähnchen schon und lieben dank für dieses muster test 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 die dinge dazu probepackung genau dankeschön liebe daniela ticket ticket herziehen wird auf jeden fall ausprobiert genau der muss mit bei sein und jetzt haben wir noch diese wunderschöne paket von der lieben claudia die 23 gott das ist so goldig ne der muss schon wieder hier auseinander muss ich aufpassen dass das unten hier rauskommt und da ist auch schon wieder die kiene am start ne die schnuppert das ganz genau was drin ist das hier was für sie drin ist ja so da wollen wir gleich gucken und zwar ist hier drin fleisch ist dick mit wild 73 prozent fleisch mit dem vitamin a und d3 von pedigree kira mag sie gleich probieren stimmt ja nicht von pedigree von der beste von der zähle dann nach hier unten sah das aus wie pedigree mit tierärzten entwickelt steht hier unten ohne zucker zusatz das ist gut kira da müssen wir gleich ran gehen gibt es denn hier irgendwo was wo man das aufreißen kann muss man scharfe schäden haben oder messer wenn du unterwegs bist und die nase geht so meine kleine süße schnecke ich gebe dir jetzt hier ein halbes ding so oder ein viertel bitteschön so und ab ganz runter geht so nicht alles auf einmal das macht jetzt zu lieben dank claudia bitteschön so einmal ritter sport haselnüssen dann haben wir jetzt zweimal t licht magie bratapfel der ist so lecker jojo lecker ich mags dankeschön dann hier noch ein twix so glaube ich oder so ein twix und du musst jetzt die hände aufhalten ne andersrum zusammen jetzt hat der uwe auch mal die hand voll glück oh wie schön claudia vielen vielen lieben dank wieder für diese tolle türchen was haben wir denn da glückvoll himbeeren aus aprikosen sehr lecker ich liebe ja diese glücks ist ja das richtig gerettet sowieso ganz ganz große freude freut mich ganz dolle drüber und wird irgendwann verspeist natürlich also an dieser stelle ein dickes herz für dich claudia dankeschön wie cool so schatz das bist du dran ja also ich brauchte ja das päckchen nicht hierher dran weil ich nicht dran war das ist da das ist nicht für dich das ist für uwe das ist für herrchen ja für mich mal immer oder hat herrchen auch ein hunde wustchen da drin das ist von der lieben und das sieht nach seife aus fußbadetapps so tropical walk auf die kuh kann man ja nie sehen cool und da noch einmal und können wir ja beide zusammen machen ja wir beide eine schüssel mit der füße riecht hier wirklich etwas tropisch raus also sehr sehr coole idee toll gemacht yvonne dankeschön ja ich hab da eben drüber gemacht ja ja aber jetzt da musste mit dem da noch machen ja jetzt muss ich das schwere paket machen ja und natürlich hier für die zahlen ja also da hat sie ganz raffiniert pappe runtergepackt bestimmt das wird ja guck mal da passt jetzt auch wirklich gleich nur noch ein führchen rein ja was hab ich denn da drin ist das hart uwe also das ist abgerundet entweder ist das äh Kinderschokolade oder Du meinst wirklich wir haben uns wieder das selbe am selben Tag geschenkt das kann doch nicht sein pass auf der Hund Mensch ja also wenn das wirklich der Fall ist ne dann falle ich von ich fasse es nicht aber da war ich doch Kinderrie ich fasse es ja nicht ey was stimmt denn mit uns nicht ey was stimmt denn mit uns nicht ey ja wir haben lange nicht mehr geleckert ne aber das meine ich nicht so meine 23 ich fall vom Glauben ab ich fall vom Glauben ab ich fall vom Glauben ab Nein ich fasse es nicht wie geht denn sowas Uwe ich weiß es ja auch nicht also ich möchte hier nochmal anmerken der Uwe hat an einem anderen Tag eingepackt wo ist das festgekriegt als Icke äh wie geht die vor das gibt es doch nicht und der Uwe weiß nicht was ich in meinem Päckchen welche Zahlen ich an welchem Päckchen gemacht habe du hast du viel später eingepackt als ich als du ja ein Teil habe ich in den Keller gemacht und ein Teil habe ich hier oben gemacht ich kann es nicht glauben und schon wieder am selben Tag danke danke ich gebe es doch nicht also langsam wird man das echt unheimlich ne sowas das ist nein gut dann kommt ja morgen der 24 mal sehen ob ich das gleiche sein nein bestimmt nicht dann haben wir nachher sehen ich weiß was ich für dich geholt habe also das ist mein Päckchen ich auch was ich genau weiß und äh ich komm da überhaupt nicht du mal weg dass ich wieder am selben Tag das gleiche drin das selben na gut danke 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 bitte hat mich wieder sehr gefreut alle Türchen hier die heute zu öffnen waren Kira hat sich auch gefreut offensichtlich die springt hier hinten rum ne komm durch ne die schnüffelt erstmal runde achso ja gibt es noch irgendwas zu erzählen mein Liebling ja wir werden jetzt langsam ich werde Kartoffeln aufsetzen Susi wird das alles bearbeiten hier schneiden schneiden und ich werde mich in die Küche einschlagen und werde mich in die Küche beschäftigen ja und werde äh Kartoffeln ansetzen wegen Pellkartoffeln und wegen Kartoffelsalat genau für morgen wir wollen die nämlich heute schon fertig machen dann kann man nämlich noch schön durchziehen und ich habe dann morgen keine Arbeit mehr ja das stimmt kommst du rum dann komm hier Schätzelein na gut ja komm mal zum Abschnitt kannst du auch den Schätzelein auf Wiedersehen sagen ne ja denn wir sind hier am Ende des 23. Türchens angelangt wie immer bedanke ich mich dass ihr bis hierhin geguckt habt ich danke euch für eure super lieben Kommentare die ihr zumeist abholt gebt und ähm natürlich freut mich über ein Däumchen hoch wenn euch das Video gefallen hat und äh ja dass ihr das Video teilt und wir damit ein bisschen mehr vorgeschlagen werden und äh der Traum von äh 13.000 oder was im nächsten Jahr ähm wahr wird so weit entfernt sind wir ja nicht mehr ne naja das sind äh 300 Abonnenten noch äh und da sind wir schon bei 13.000 äh ja wahnsinn deswegen schön äh teilen und liken und ihr wisst schon den ganzen Kladderadatsch ähm ich hätte gerne dass ihr diesmal weil ja das Rätsel ist ein Rentier postet vielleicht gibt es ja ein Rentier wenn nicht einfach Hashtag Rudolf reinschreiben ja aber ein Rentier würde besser angucken ich weiß nicht ob ob es so ein Emoji gibt ähm aber wie gesagt Hashtag Rudolf von mir ist auch Rudolf so Red Nose Rentier aber Rudolf reicht ja schon aber ihr könnt euch das vorsichtig nochmal angucken wie das aussieht ja ja an dieser Stelle bleibt uns nur noch zu sagen das was wir immer sagen ja seid frech wild und wunderbar bis dann Mann machs gut tschüss ihr Lieben tschüss 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 ja ich hoffe ihr habt es schön im Kreise eurer Lieben und seid nicht alleine und wenn ihr doch alleine seid dann erfreut euch an diesem Video oder hört schön Musik guckt einen tollen Film bei Vatersignan Kakao einen leckeren Tee Oder einen Kaffee und macht es euch einfach richtig schön gemütlich ja Also frohe Weihnachten ihr Süßener tschüss 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 tschüss